Jetzt haben wir ein bisschen vorbereitet. Ja, ich freue mich natürlich unheimlich, dass der da ist. Das war nämlich noch gar nicht so klar, ob das heute funktioniert. Aber das ist der Nossi und mit dem habe ich bei Birth Control gespielt. 1980 bis Ende 83, Anfang 84. Yes! Und auf meiner rechten Seite, da ist am Keyboard der Jörg, der hat auch bei Birth Control gespielt. Also wir sind jetzt hier mit drei Birth Control Leuten auf der Bühne. Aber bitte, bitte, wir machen hier eine Session, Leute. Also bitte keine Rufe, wir haben nicht Gamma Ray geprobt. Das könnt ihr euch gerne anhören auf der Website oder auf YouTube von Birth Control oder besser noch zu einem Live-Konzert gehen. Aber der Nossi ist heute Abend zum Spaß hier und wir machen eine Session miteinander und da werdet ihr genügend Spaß mit haben, denke ich mal. Denn der Nossi ist ein Schlagzeuger. Och, ich sag gar nichts mehr. Ihr hört am besten zu. Thorsten hilft uns wieder ein bisschen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Viel Spaß! Das war's! Das war's! Das war's! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus